Ich bin ja wahrscheinlich alle einig, dass ich schon ein guter Mensch bin. Und trotzdem war ich jetzt in Donnerstag noch mal zwei Mal gewesen. Ich wollte mal gucken, wer hat aufgemacht in Berlin. Das zeigt aber vor allen Dingen, dass die Menschen nicht zwingend schlecht sind, sondern eigentlich vor allen Dingen schwach. Und deswegen brauchen wir einen starken Staat, der uns der Regeln vorgibt, wenn der Markt manchmal versagen darf. Und dass das die erste Hälfte auch so im Handeln wird. Die waren sich am Ende, also relativ weit einig, so bei dem zweiten Reden zumindest, dass was da passiert ist relativ schlecht und da muss irgendwas gemacht werden. Die sagen, dass irgendwie durch natürliche Entwicklung passiert das. Die sagen, wir können ja was machen, weil alle Marken hier nicht funktionieren können. Wir sind einseitig, gucken wir mal, was da alles genau passiert. Wir glauben aber auf der schließenden Regierung vor allen Dingen, dass ja, das wird vielleicht funktionieren, dass es irgendwann mal besser wird. Wir glauben aber auch ein bisschen so ähnlich wie in dieser Debatte gestern, wo wir diesen Missionar springen und dann irgendwie in die Welt besser machen würden. Es geht einfach deutlich fixer, damit wir das jetzt so machen. Und wir zeigen euch genau, wo Markenmechanismen würden. Aber erstmal ein bisschen wie machen. Vorerstes sagt ihr, dieses mit der Geldmenge. Irgendwie, die wird halt weniger. Ich sagte, das glauben wir euch auch. Ein paar Produkte werden da anders konsumieren. Wir werden euch nicht mal zwei Euro für Schokolade rausgeben, und dann haben wir auch noch andere Mechanismen, die auf unserer Seite stehen, mit denen wir euch nicht auseinandergesetzt haben. Dass wir sagen, es gibt halt auf mehr Geld, da sind wir Leute, die geben auf mehr Geld dann die gleiche Produkte aus, weil sie irgendwie entweder die Produkte gar nicht hier produzieren können oder haben sich dann auch noch mehr in den Kaffee. Das sind wahrscheinlich Mechanismen, die gegeneinander stehen. Was jetzt was mehr ist, wissen wir nicht genau. Wir würden sagen, das was uns bei mir erst mehr ist, aber eigentlich einen Grund gibt es das gar nicht. Bedingungen, als zweites zu Fairtrade zu produzieren, sind gar nicht da. Das ist gar nicht möglich, sagen wir mal. So stehen wir aber eigentlich nicht, weil das passiert ja dort schon. Es gibt ja einige Länder, wo es nicht so ein paar Fairtrade-Vertagen gibt. Das heißt, irgendwie unmöglich ist es ja schon, das ist Malaria oder so. Ich weiß nicht, ob man das braucht für Fairtrade, so diese Impfmittel oder so. Aber auf jeden Fall ist es doch irgendwie möglich. Und selbst wenn es nicht möglich wäre, weil die Fairtrade, die nun sehr weit streng sind, dann lass uns doch so ein bisschen clever sein und die zumindest ein bisschen runtersetzen. Das ist nötig. Es ist doch viel besser, als weiter diese Ausbeutung zuzulassen. Letztlich sagt, diese Zertifikation, diese Machtstruktur, die dann entstehen, das kann passieren, muss aber nicht passieren. Es kommt eigentlich ganz voran, ob wir das irgendwie clever anlegen oder das Massen irgendwie kontrolliert und irgendwie so, dass ein paar westliche Unternehmen das machen, sondern irgendwie, dass das keine Ahnung, von mir aus über die UN geregelt wird. Letztlich sagt ihr, diese Zertifikation wandert durch Asien. Das sind selbstbestimmte Entwicklungen. Glauben euch das? Das geht aber deutlich fixer, wie sie halt erschrocken. Achso, ein Punkt ist auch hier. Das ist ein Cash-Cross. Haben wir nicht verstanden. Also diese gibt es ja irgendwie im Status Quo schon, die sagt, das wird immer schlimmer, weil die jetzt den großen Wettbewerb haben, weil nur noch da investiert wird, weil die jetzt noch mehr Interesse haben an Cash-Cross. Aber alle Leute, also alle Leute, die irgendwas produzieren, weil es jetzt Cash-Cross oder irgendwie Weizen, haben da schon Interesse daran, es zu verkaufen. Das ist ein Punkt. Und das funktioniert das andere nicht. Nein, gut. Ähm, diese Marktbrecher, das sind ganz viele Sachen. Erstmal müssen wir uns angucken, was passt jetzt. Wir glauben, im globalen Süden ist es immer noch so, dass die ein Lohnniveau haben, das deutlich unter westlichen Industrienationen sind und das immer noch ihr Major, also ihr großer Wettbewerbsvorteil sein wird, auch wenn wir da durch unsere Fairtrade immer noch produzieren. Vielleicht verstehen wir nicht, dass das irgendwie so passieren soll, dass jetzt tatsächlich alles hier produziert wird, wo es immer noch extrem schwer ist. Es wird ja immer noch produziert und immer noch nach kostenminimierenden Faktoren. Es sind halt nur limitiert, sind ein bisschen Standards, genau wie es in der EU auch ist. In der EU produzieren wir auch kostenminimierende, die wir uns selber gegeben haben. Das heißt also, dort wird immer noch produziert werden. Wahrscheinlich immer noch die ganzen Produkte, die irgendwie einfach wenig Kapital, also wenig wissenschaftliches Kapital brauchen, zum Beispiel Textil oder irgendwie Gebüterschnellherständen oder sowas. Das geht alles relativ einfach, wenn man irgendwie das Know-how dafür hat und dann sind Lohnniveaus irgendwie relativ relevant als Produktionsfaktor. Zweitens, was passiert dann dort, wenn das so ist. Zum ersten Mal bleiben wahrscheinlich ganz viele Aussageausbeute, die einfach für andere Märkte als den europäischen oder deutschen Markt produzieren. Ich weiß nicht genau, wofür wir es einladen, wahrscheinlich für die EU oder so. Aber zweitens, was noch passieren wird, die Pilze aus der Erde werden jetzt Unternehmen spießen, die ja unter Fairtrade-Bedingungen produzieren, weil das die Einzigen sind, die marktreservant sind in Deutschland oder in Europa, wo das jetzt passiert, weil alle Leute das kaufen werden, weil sie die Steuern so angelegt haben, dass die anderen Produkte nicht mehr marktfähig sind. Was passiert dann zeitgleich bei uns? Wiederum, bei uns sinkt jetzt der Konsum in Quantität, jedoch allerdings nicht in der Geldmenge, die wir ausgeben. Ganz einfach zu sagen, anstatt ich mir jetzt fünf T-Shirts bei Primark für etwa zwei Euro kaufe, kaufe ich mir jetzt einfach ein T-Shirt für zehn Euro, dann geht immer noch genauso viel Geld aus, weil ich immer noch ein T-Shirt brauche. Aber ich wechsle jetzt eigentlich alle ein paar Wochen mal, weil ich das eigentlich irgendwie ausgewaschen finde, weil ich mir das eigentlich nicht mehr leisten kann. Aber grundsätzlich verdienen wir ja immer noch genau so viel wie früher, sondern immer noch konsumieren, weil das Konsumieren Spaß macht. Das heißt also, die Geldmenge, die in dieses Land fließen, die auch irgendwie in diese Länder fließen, bleibt gleich, abzüglich vielleicht ein bisschen was wir umschicken, also weil wir andere Sachen konsumieren, zusätzlich zu den Sachen, wo wir jetzt auch mehr Geld zahlen müssen für dieselben Produkte. Und letztlich, was passiert dann wieder? Also, wir sind von den Quantitern, weniger wird dann produziert dort, mein Name. Das heißt, es sind weniger Fabriken nötig in den Produktionsstätten vor Ort, und dann glauben wir euch, dass einige Jobs wegfallen. Aber, ihr seid einfach, die bleiben weg, und dann sind wir halt arbeitslos, und ich weiß nicht, wissen nicht wohin in sich. Wir glauben, aber dort werden auch Sachen passieren, gleichzeitig. Die Leute, die nicht arbeitslos sind, die immer noch arbeiten dort, werden jetzt mehr verliebt, weil Fairtrade auch bedeutet, dass man angepasst an die Lohnfälle, dass es vor Ort, viel ihre Löhne zahlt. Das heißt, die Leute werden immer noch mehr verdienen, die zügen immer noch genug viel Geld in das Land, und das bedeutet letztendlich, dass das Lohn, die dort reichen bleibt, und vor dem Zeitpunkt ist es nicht verantwortlich. Fertiger Produzisten da, wo der Staat natürlich besser ein Einfließen ist. Das heißt, du gehst ein Land mit Rechtssicherheit, beispielsweise in China, aber du gehst dann eben nicht mehr nach Hamburg oder dort, wo die Leute tatsächlich profitieren. Also, das heißt, du hast eine Verschiebung, und harte Arbeit verschiebt sich immer weiter in die Zivilisierte und die Untersten profitieren am ehesten. Aber es passiert auch so, dass es angepasst wird. Dieser Zertifizierungsprozess wird ja immer effizienter werden, weil alle jetzt was machen müssen. Das heißt, ein Lohn hat ein massives Interesse daran, dass die ihr Zertifizierungssystem irgendwie anpassen, dass es irgendwie funktionieren kann, dass man dort produzieren kann, und an die Unternehmen auch Interesse, an andere hinzugehen, weil das Millionen-Niveau deutlich in deinem Schlesicht ist. Was passiert also, wenn die Leute jetzt vor Ort mehr verdienen? Wir glauben, das ist gar nicht eine Umverteilung. Anstatt dass alle Leute, in was ich nicht habe, in der Textilindustrie arbeiten, werden jetzt einige in der Textilindustrie arbeiten, mehr verdienen, das Geld aber auch ausgeben, und dann gibt es natürlich den Down-Effekt, dass die Leute einfach mehr Geld verdienen, das auch dort ausgeben, konsumieren, und dann einfach neue Industriezweige vor Ort entstehen, und dann für die Leute da sind. Im letzten Effekt gibt es auch noch Inflation in Deutschland. Natürlich gehen die Preise massiv vor. Die Produktion, weil jetzt die Preise ansteigen, steigen natürlich auch die Non-Niveaus in Deutschland an. Das Element ist weniger attraktiv, in Deutschland oder in der EU zu produzieren. Das heißt, einige Jobs werden auch dann in diese Länder reingehen, wo das Lohnniveau deutlich geringer ist. Wieder ein weiterer Faktor dafür, dass dort nicht immer voll sondern dass es eher so meinen wird, dass sich Angleichungsprozesse stattfinden. Deshalb wird am Ende gut aussehen, und dafür wollen wir das. Dankeschön!